Servus und willkommen zurück. Wir haben ein Lagerfeuer. Yay. Wir haben nicht mal so viele Wurfmesser. Hey. Und das war's soweit. Jo. Genau. Okay. Okay. Äh. Ich würde sagen. Warte mal. Kann ich hier? Nein. Okay. Ich kann da nichts aufmachen. Okay. Äh. Ich hatte vor, ein bisschen nach, mich mit Nachschub zu versorgen. Dann verbrauche ich vielleicht ein bisschen mehr Wurfmesser. Nur für alle Fälle. Und, äh. Was war das zweite? Glut. Genau. Glut. Denn ohne Glut, äh, geht nicht gut. Hat hier jemand was Neues zu sagen? Glut, du bist ja immer noch da. Ja. Um mir eigentlich was zu sagen. Jetzt invaden und, und wenn du wirst, komm mal. Gib dir selbst Zeit. Arrrr. Niemals werde ich der Piraterie verfallen. Arrrr. Äh. Dingspunkt. Wie hießt du nochmal? Oh, hallo. Ich bin... Greirat. Genau. Äh. Glut. Was hast du für mich im Einglut? 2000, 2000. Äh. Äh. Goodbye. Ja, bitte nicht. So, nach wie mein Tier. Ähm. Du. Ah. Du hast noch gehandelt. 2500 sogar. Und second thought I would like to buy vom Greirat. Ich glaube, ja. Ich denke, ja. Ich glaube, ja. Ja, ja, ja. Greirat ist gut, gut. Greirat ist gut, freundlich. Ja, ja, ja. Oh, hallo, und... Ja, 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 ja. Gegenstand kaum. Ähm, ja. Ah. 6000. 1.000? Deal. So. Goodbye. Yes. So, gab's da was Neues? Nein. Rufmesser! Dammit! Ja, 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 ja. Wie hast du? Rufmesser. Nein. Okay. Du hast... Nein, Wurfmesser. Okay. Wie viele Wurfmesser hast du zum Verkauf, Kaira? Du hast... Du hast... Ja, Wurfmesser. Alles klar. Beliebmesser. Ah, da hat nichts zu werfen. 20, das ist ja bullisch. Ach komm, wir decken uns mit Wurfmesser eigentlich nicht. Hm. Ähm. Hm. 40. 40. Dankeschön. Ja, 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 ja. Du bist super, du bist best friend. Du bist... Nice. Okay, ich habe alle richtigen Ringe. Spooky, scary Skeletons. Spooky, scary Skeletons. Katakomben von Karrasbus. Wie dramatisch das Bild aussah. Mit den Schäden überall auf dem Boden. Mit den... You are saying it, Captain Obvious. Du bist welcome. Blutungsschutz brauche ich nicht. Ach ja. Oh, Junge. Ich dachte schon. Nein. Du bist hui. Du bist hoopy goo. Äh. Scoopidoo. Deh 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 deh. He 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 too. Hey Scoopy Doo. Deh de deh 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 dee. Na 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 nä ne. Ne 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 ne. Cool, passt perfekt. 21, yes. The fire in me. Äh, da lang? Oh, da runter, oder was? Okay. Was du denkst, glaube ich. Nicht, dass ich jetzt in meinen Tod reinrinne. Okay. Alles klar. Gut zu wissen. Was macht das? Vielleicht habe ich da irgendwas wiederbelebt, oder so. Das werden wir gleich erfahren. Nein. Was auch immer da war, ist es jetzt tot. Nein, nein, nein. Okay, Moment, du verfasst. Alles klar, kein Problem. Moment, muss ich da tiefer rein? Ach, kommen sie nicht. Ich meine, den Rest der Etagen habe ich ja wohl schon. Ah, ich bin hier, wohin ich auch wollte. Rad. Okay. Okay, hier war ein Ratz. Was ist das? Ach, das ist die Kugel, die Geräusche macht. Heidi. So. Wenn jetzt irgendwas mit oben runtergesprungen kommt, ne? Aha. Oh, Ratten. Ist ja auch ne Mama-Ratte. Ah, nein. Schlimmer. Schlimmer. Ich hab noch was gehört. Oder ist das die Kugel wieder? Oh, Mann. Oh, Mann. Das gibt doch nicht die Möglichkeit, Mann. Heilen, 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 heilen. Ach, das droht, droht. Okay. Gut. Was war da? Ich hab's schon wieder vergessen. So, noch jemand? Wer mich herausfordern will? Nein? Dankeschön. Vielen Dank. Was ist das? Die Höhle? Okay. Willkommen in Skyrim. Ja, da geht's ja noch hoch. Oder so. Die Kugel macht wirklich Monster-Geräusche. So, ich substriere sie. Okay. Okay, schade. Ich wollte, dass die Kugel sie erwischt, aber gut. Ah. das dreht sich wow voll die breakdance moves junge du zeigst es denen die reder dinger einer von denen Was macht er? Komm mal her, komm mal her, zeig mir was du... Okay, doch, nicht... Ist ein Knopf? Nein, da ist kein Knopf. Ach du Heilige! Was zur Hölle ist das denn? Äh! Was zur Hölle? Brauchstab für Feuer oder was? Was ist denn... Okay, das war nix. Oh! Sogar aggressiv! Und... Halten was aus! Äh... Habe ich noch mit Fackel? Nein, nein, ich geh es nicht. Alter! Tja... Die kommen halt von der Decke getrocknet, keine Ahnung was. Äh... Wo muss ich vertraudeln? Ich muss vertraudeln. Nein, ich glaube gegen die geht das ja noch. Yes! Brennt! Klingt das was? Ich hab keine Ahnung. Hey, ich hab keine Kamera. Hilfe! Ohhhh! Jawoll! Ja! Dankeschön! Dankeschön! Nein! Nein! Ein Hoch auf die Fackel! Und auf die Decke schauen nichts. Ah, da ist noch ein Vieh. Okay, das habe ich nie erwartet. Wanns doch von der Decke? Die haben da Decke geklebt. Was ist das denn? Das waren die... ...Cattle Boys. Oh, die rollen ja! Okay, die sind ganz funky, aber... ...ich will nicht herausfinden, wie viel Schaden die machen. Ich vermute mal sehr viele. Weil Stachel, Stachel... So stehen die wieder auf. Nein, das tun die nicht, okay. Kommt noch einer. Knochenratschel? Knochenratschel? Hm. Interessant. Hallo? Mit dem Plan der Decke hat keiner gehört. Hallo, hallo? Oh, dein... ...dick da Knochenball, ne? Der macht... ...Geräusche, die mich... ...nervös machen. Knochenratio, den schaue ich mal ganz schnell, ganz, nein, nicht gehe, man, äh, ganz schnell, ganz kurz mal ein, ja, so ist es da, ich weiß, wie Stärke, schickt halt gerade, ja, im Logo, Angriffskraft, ja, ein Großschritt, mit dem man angreifen kann, alles klar, aber hey, fühlt sich hundert, ne, alter, das, achso, ja, ich schritte, das ist nur Paranoia, Oh, die machen nicht so viel Schaden, der hat da nicht richtig Anlauf genommen, in dem Falle, uiuiui, Ah, okay, das wäre fies gewesen Hier wird, nein, nicht, warum drücke ich mal die, hallo, nein, fuß, zurück, äh, du zeigst ein, blablabla, du zeigst einen aus dem Mondenjäger zu machen, komm, zeig mir, was ihr habt, zeig mir, zeig mir, Hallo, oh, droop, 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 dro Ah, der lebt noch. Ah, das ist okay. Ich dachte, was war das? Oh, ich war das. Believe, believe. Yes, believe, believe. Okay, nein, die Fackel macht wirklich viel Maschaden. Ah, hier, Nazi-Bel. Wie die Russen gesagt hätten. 170 Schaden, da lebt immer noch. So. Yes, sehr gut. So. Decke 2 von Presidiven. So. Der Bündchen. Oh, der hat mich erwischt aus der Entfernung. Alles klar. Da sind wir echt nicht truppen, ne? Ich glaube, der will mich in der Falle locken. Also, das ist das erste Mal, wo die Fackel hingeht, meinst du? Sehr gut. Also, das ist das erste Mal. Sehr gut. Da haben wir es leider verledigt. klingelingeling glückchen klingelingeling so was ist da ich hab die frage zu früh weggesteckt nicht gehen ich wusste es okay da ist noch jemand da sind doch zwei Boom. Boom. Nice. Gut. Dann wär's das jetzt gewesen? Oh. Kartus Blutring. Oh. So viele Ringe. Wo bist du? Ah, okay. Verstärkten Bewegbarkeit bei Rollen auf Kosten der Abwehr. What? Oh Gott. Da hat er gerade, da kommt was. Und Besiegbarkeit? Ah, Kosten der Abwehr, das gefällt mir ehrlich gesagt nicht. So gut. Okay. So. Nicht... Ah, cool. Man. Äh, danke Fackel. Ja, ja, ja. Hm. Weiß. Ich geh mal dahin. Dahin geht es tiefer. Da ist ein Boss. Komm, das seh ich von mir aus. Dahin geh ich nicht. Eine Tugel. Oh. Dann wird euch gleich der Zorik ist eingefallen. Wo ist er? Da. Heilige, was? 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 Was, 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 was? Hat wer? Oh mein Gott, ich fühle mich so unterleben. Ehh, oh du Heilige Maria. Ehh, was? Was? Was hat der für eine Rüstung? 1, 2, 3 Wie soll ich den denn kalt machen? Aber echt? Nein, oh Gott Mein Dank Danke schön Kann ich das noch annehmen? Was zur Hölle? Okay Habe ich jetzt meinen Dank bekommen? Warte mal, geh Wechsel Ja, bitte Mein Dank Alter, ich habe ja gar keinen Schaden gemacht Wie soll ich denn dagegen ankommen? Äh Das ist das Mini-Boss-Fight, ne? Sozusagen Hm Hm Die Kugel ist ja nicht vorher gekommen Okay, dann lasse ich mal die Glutaktivierung das Erste Hier hat nur eine Nachtlage Die Kugel War heilig Da war ja schwer gerustet Hat den fetten Schild Äh Noch fetteres Schwert Oh Mann Ich glaube, das kann ich noch nicht mal parieren Oh Mann Oh Mann Keine Ratten, keine Ratten Gut, das war nicht wohl Hallo Big Mama Red Ich sag du Big Mama Red Der Löw Oh Wieso hast du geweckt? Was zum Das war ja Nein Seelein ins Unbekannten reißen Ob der auch Kriegenfeuer schwach ist Ich aber noch nicht Ich verkaufe hallo nie mehr auf weiter wie legendärisch nein, ich wollte doch noch auf das machen ne, trinken, trinken, trinken Dankeschön da noch ne Ratetauk habe ich gesehen, zwei Ratetauk, ok ach gut, treten, warum nicht ich geh jetzt mal in die Mitte rein ich geh jetzt mal in die Mitte rein oh ich geh jetzt durch ach, das ist so ein Skellebo ich wusste es, ich wusste es, ich hab's doch gehört, Mensch also, nicht gehört ich hab mich noch daran erinnert, dass da oben wohl einer ist ach, noch so ein Ninja also, was heißt ein Ninja wie hab ich ok ok nein wird man voll schwer gerade warte gut, dass ich die Clout diesmal nicht genommen habe, wenn ich ja wieder warte das ruf hier wege einfach auf die Kugel warten und die nutzen oh oh danke Trüben so, da ist jetzt noch Mama Ratte ich hab ja ja Hm. Hm. Hm hm hm. Yep. Oh. Oh! 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 Mann, wie hast du mich erwischt? Nein. Gut, ich bin fast kaputt, ne? Oh, mehr fish! Ey, danke schön. dann wieder hoch dann wieder hoch Wenn du runterspringen möchtest, gerne, kein Problem. Aber nicht auf mich. Hallo. Annen. Annen. Es geht doch nicht. Es geht doch nicht. Es geht doch nicht. ich veräppeln bist du es noch im feuerbreich so okay so weit so gut oh er läuft zurück was oh gott bin ich blüht ich springe mich sehr bumm ich sag's doch was wow wow ich hab die Falle war genau dafür da wie viele sind denn hier hallo Skelepro das ist Ninja Das ist ich habe das ist das ist ich kann ich kann weiter ich kann ich kann bis das Nein, no 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 no, Rückzug, 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 Trink alle Trinke! Ey! Don't ignore me, du. Du wirst mich doch mal achten, ey. Anni, die sind echt krass. Oder ich bin einfach noch nicht gut genug. Ich bin überhaupt nicht gut genug. Hä, was? Oh nein. Ich glaube, das ist gut genug genug. Weiter gehen wir Selbstmord Ich möchte mich da weiter umschauen Vielleicht ist da noch irgendwas Da zum Beispiel ist noch was Notfalls renne ich einfach weg Hallo Skelepo Asche eines Grabwächters Was ist das? Oh lol Oh lol Warte mal Ist das dann das da? Nein das ist nur mein Tobi Okay Also solange ich noch hier bin Nein Nein Hm 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 Sonst so, was gibt es hier? Ich habe vergessen, dass es dein Knopf ist, der dich töten kann. Ah, da war ich ja schon. Okay, dann bin ich jetzt hier offiziell durch. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gut. Noch ein Abschnitt erfolgreich. Ich gehe zurück und gebe die Asche. Und dann schauen wir mal, was das weiß. Oh, tut das gut. Zu rasten. Kreisen. Da. Gibt es jemand Neues? Jemand Altes? Oder den da oben? Ich meine, nicht gut lebt. Okay. Der Typ. Ist er ganz weg, eigentlich? Ich schaue da gleich mal vorbei. Du da. Alter. Erstmal lesen. Erstmal gut gelesen. Wo ist die Asche? Äh. Hä? Wo ist die Asche? Da ist die Asche. Ermöglicht erwerbende Gegenstände überschreiten. Nein. Hier. Schattenasche eines Grabwächters der Katakomben von Karchdus. Ermöglicht erwerbende Gegenstände. Der alte Mann begann als Knappe, der die Ausrüstung seines Meisters trug. Achso. Der alte Mann begann als Knappe, der die Ausrüstung seines Meisters trug. Er endete als Grabwächter und trug sie noch rüber. Der hat einen Kug... Nein, eine Wurfmachete in der Hand. Redet. Yes. Schattenasche hergegen. Yes. Gracious. Passing fine Asche, Thausturin. Ja, viel Spaß damit. Let this Asche bestellen Nourishment. Mhm. Pflanzt du Bäume? Was gibt's Neues? Ich kenne Überraschungszeit. Oh, mehr gut. Okay. Äh, was noch? Noch nix kaufälliges. Heilungshilfe. Mhm. Hä? Übersehe ich was? Äh. 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 Das war's. Nur mehr Asche. Äh. Glutmensch. Vielleicht mehr Harzbündel oder so? Grüne Blüte vielleicht. Okay. Okay. Stärkenwacht. Ah. Das war's. Stimmt ja. Hm. Ja gut. Einerseits macht es Sinn. Gut. Das war's. Von der Frau. Wies mal zu sagen. Gossip. Gossip. Das cordial intrusion lautet die Weg zu Embers. Und so du bist in need of a soapstone, Aschen One. Okay. Dann deine Pockets werden mit sollen, um mir zu verabschiedern. Hahaha. Okay. Noch was durch? Ja, ok. Ok. Ja, 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 ja. Gut. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.